Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Cardano Update Video. Und zwar werden wir uns heute anschauen, hat Cardano möglicherweise seinen Boden schon gefunden oder sind wir möglicherweise nah an unserem Boden dran? Kaufen wir nach? Lassen wir es noch? Warten wir ab? Wir schauen auf jeden Fall auf die kleineren Timeframes, aber natürlich auch auf die größeren Timeframes. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne schon mal dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal. Gerne natürlich auch in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen, damit ihr auch hier keine Trades mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt direkt durch. Momentan traden wir bei Cardano bei 0,26 US-Dollar Cent. Es sieht langsam aber sicher nach einer Bodenbildung aus. Warum? Wir sehen hier diese gelbe Linie. Dafür blicken wir gleich mal auf die größeren Timeframes, um uns die ein bisschen genauer anzuschauen, weil das sind momentan meines Erachtens nach die entscheidenden Punkte. Ihr seht hier dieses riesige Falling Wedge, was wir schon vor Wochen oder Monaten schon mal eingezeichnet haben. Und wir haben es ja noch mal ein bisschen angepasst an der Symmetrie, kann man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir hatten es ja zuerst hier ein bisschen enger eingezeichnet, da sind wir nach unten hin durchgebrochen und sind dann hier bis ungefähr 0,25 US-Dollar Cent gekommen. Daraufhin habe ich ja gesagt, okay, es wäre irgendwie ein bisschen beschiss, sollten wir jetzt hier dieses Falling Wedge einzeichnen. Aber wir haben es trotzdem einfach mal drin gelassen, um zu gucken, wirkt es vielleicht da, wo wir ausgebrochen sind. Und es hat gewirkt erst einmal. Wir haben hier die Wigs verbunden, 1, 2 und wir haben jetzt den dritten Wig, beziehungsweise den dritten Berührungspunkt bekommen und haben uns hier erst einmal stabilisiert. Es war wichtig, wir haben kein Daily Close darunter bekommen, deswegen würde ich jetzt die Linie erst einmal so drin lassen. Es heißt aber auch noch nicht wirklich, dass wir den Boden gefunden haben. Denn wenn wir jetzt eben hier auf die größeren Timeframes blicken, sehen wir einerseits, wir haben diese grüne Box, die sehr, sehr viel Support in der Vergangenheit geboten hat, zumindest hier im Januar 2021 bzw. Dezember 2020, wurde durchbrochen. Und das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, denn wir haben wichtigen und richtigen Support hier leider hindurchbrochen. Und jetzt müssen wir mal gucken, welche Supportzone als nächstes hält. Denn der nächste Support beginnt hier erst bei 0,22 US-Dollar Cent. Wir haben hier noch diesen Wig zu füllen. Aber ganz ehrlich, ob dieser wirklich ausreichend ist, um für einen Bounce zu sorgen, ist momentan fraglich. Denn ihr seht hier drüben eben diesen Pump, den wir dann auch Anfang Januar 2021 hatten. Diesen steilen, impulsiven Pump. Wir haben hier sehr, sehr viele Voids gebildet. Wir haben sehr, sehr viele Vektoren in diesem Bereich gebildet. Das heißt, wir haben hier auch, sollten wir jetzt unter diesen Support fallen von unserem Falling Wedge, überhaupt keinen Support mehr. Klar, man kann sagen, okay, der Wig ist ein bisschen Support. Aber dadurch, dass hier eben keine Liquidität liegt, kann es hier einfach ganz, ganz schnell nach unten hindurch fallen, weil hier viele Orders möglicherweise noch liegen, die den Kurs dann auch nicht mehr aufhalten bzw. nochmal beschleunigen. Deswegen haben wir erst den nächsten großen Support hier unten bei den 0,1826, also 0,18 US-Dollar Cent bzw. 0,19, je nachdem, wo man es ein bisschen einzeichnet. Trotzdem ist Cardano für mich momentan zumindest schon in der Überlegung, hier eine kleine Spring-Position aufzumachen. Klar, wir schauen uns das mal prozentual an, wie das aussieht, sollten wir hier nochmal runterkommen. Es sind 30%, die wir hier Risiko eingehen. Aber ich würde hier das Risiko ein bisschen minimieren und sogar bis unter den Wig legen, dann wären wir so bei 14% Risk. Und mir gefällt hier ehrlich gesagt so diese kleine Andeutung von dieser Bodenbildung. Klar, wir haben vom Volumen her, haben wir erstmal, das Wichtige war, wir haben das Tief mit einem sehr vielen Volumen mit weniger Volumen geschlossen bzw. ein tieferes Tief gebildet. Das war ganz, ganz wichtig, mit einer Daily Bullish Divergence. Das ist schon mal der erste Step. Der zweite ist, wir haben nicht mit einem Daily Schlusskurs unter unserem Falling Wedge Support geschlossen. Auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt kriegen wir so einen kleinen Abtrend an, aber ohne viel Volumen. Und das ist so dieses große Aber. Es ist mit großem Risiko verbunden. Ich habe nochmal persönlich ein bisschen nachgekauft, Cardano an dieser Stelle. Trotzdem, die größeren Käufe sind dann erst hier unten in diesem Bereich bei 0,19 US-Dollar Cent. Wir blicken ganz kurz auf die kleineren Timeframe, wie es da aussieht. Also vom größeren Timeframe sieht es meines Erachtens nach ein bisschen nach Bodenbildung aus. Aber, wie gesagt, wir haben noch dieses Risiko. Und das haben wir jetzt schon bei den Altcoins die letzten Tage immer wieder festgestellt. Diese 40% oder 30% ist nochmal möglich, dass wir nochmal crashen. Das würde bei Bitcoin, gehen wir von 30% Korrektur aus, zwischen 13.000 und 14.000 US-Dollar. Und wer sich die Bitcoin-Videos anguckt, da wisst ihr auch Bescheid, 13.000, 14.000 ist unsere nächste Buy-Zone. Und die haben wir auch schon seit Monaten drin. Also es würde noch ganz gut passen, dass man hier nochmal 30% tiefer bei Cardano einkaufen könnte. Trotzdem, man sollte hier nicht ganz, ganz tief versuchen, zumindest den Boden zu erwischen. Aber es ist eine Möglichkeit, sobald hier dieser Support jetzt endgültig bricht, und das ist wirklich die letzte Möglichkeit von diesem Thawning-Vedge, gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal eine größere Korrektur sehen. Blicken wir jetzt, wie gesagt, auf die kleineren Timeframes. Vier-Stunden-Chart, auch hier mal ganz kurz mit dem einfachsten, simpelsten Tool, mit unserem Fibonacci Retracement Level. Da sehen wir, okay, wir sind jetzt hier momentan am Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung. Sind durchgebrochen, aber natürlich auch mit sehr, sehr wenig Volumen. Und das ist halt das, was jetzt über die Feiertage natürlich war. Da kommt wenig Volumen in den Markt. Trotzdem müssen wir jetzt das mal ein bisschen im Auge behalten. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial, zumindest in dem Bereich der 0,27 US-Dollar. Warum? Wir haben hier oben diesen letzten Widerstand von diesem Hoch mit einigermaßen Volumen. Brechen wir hier durch, kann es sehr, sehr schnell in den Bereich der 0,28 US-Dollar-Cent gehen. Das wäre dann auch wieder so der Bereich Retest von unserem alten, in Anführungszeichen, Falling-Vedge. Also da wird dann auch nochmal so ein kleiner Retest kommen und den wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Sollten wir jetzt hier rüberkommen, über die 0,27 ist dieser Bereich um 0,28,50 oder 0,28 wirklich der entscheidende. Werden wir hier geretestet und werden abverkauft, ist es sehr, sehr gut möglich, dass doch das alte Falling-Vedge, wo wir als erstes drin haben, Repräsentant ist oder für mich dann doch dieses entscheidende Falling-Vedge gewesen ist. Weil dann kriegen wir einen Retest, bearishes Retest und wir werden hier deutlich nach unten fallen. Ansonsten kommen wir hier wieder rein, ist es einfach die Bestätigung, okay, kleines Fake-Out über ein paar Tage, jetzt über die Feiertage und es geht nach oben. Gleichzeitig haben wir nämlich hier noch so ein kleines Inverse Head & Shoulders. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Trader, trotzdem würde ich es gerne ansprechen. Ist auch eine Möglichkeit für eine Erholung, Preis hier würde nämlich auch hier oben genau beim Retest-Level liegen. Wir korrigieren das nochmal oder kontrollieren das nochmal hier auch noch mit dem Falling-Vedge. Gut, da hätten wir sogar noch bis 0,29 Zeit, aber das 0,05 und 0,05 ist teilweise auch der erste Trend-Wende-Bereich, liegt auch bei den 0,28 US-Dollar-Cent. Also diesen Bereich werden wir auf jeden Fall im Auge behalten für einen möglichen Short-Trade. Möglicherweise auch für, ja eigentlich nur für den möglichen Short-Trade, weil werden wir hier zurückgewiesen, sieht es echt nicht gut aus für Cardano. Und dann gehe ich immer mehr davon aus, dass wir wirklich nochmal in den Bereich der 0,18 oder 0,19 US-Dollar-Cent gehen. Das wäre dann für mich auch der potenzielle Boden, auf den wir dann auch warten. Gleichzeitig, ihr seht hier, wir sind auf dem 4-Stunden-Chart, 200er SMA kommt dann hier auch langsam rein und 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart ist so dieser ultimative Widerstand, den wir immer ein bisschen im Auge behalten sollten. Also momentan halte ich mich noch ein bisschen fern von irgendwelchen Long-Trades. Short-Trade wird interessant bei 0,28, das werde ich da natürlich alles in der Telegram-Gruppe noch dazu schreiben, sollten wir in diesen Bereich kommen. Wie gesagt, 200er SMA, Golden Pocket, 0,5er und ehemaliges Falling-Vedge. Vier dicke Widerstände, wo wir erstmal rüberkommen müssen. Und ihr seht schon, der RSI ist schon relativ hoch, klar, auf dem Daily-Chart noch nicht so hoch. Aber trotzdem würde ich hier noch ein bisschen vorsichtig sein mit irgendwelchen Swing-Positionen. Und klar, die Daily-Bullish-Divergence hat schon ein bisschen ausgespielt, aber ich weiß nicht so genau. Wir warten hier erstmal diesen Bereich um 0,28 US-Dollar-Cent ab und dann schauen wir weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gerne ein Like da lassen, gerne Kanal abonnieren und natürlich eure Altcoin-Wünsche auch gerne reinschreiben unten unter das Video. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne unten rein damit. Gut, das war es von mir, wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto!